recht herzlich willkommen zur 63 folge von stelares ja wir sind hier drinnen haben letztes mal hier reingeschaut wollten eigentlich zusehen dass wir hier irgendwie unsere hauptstadt bauen was das war am vor abgeschlossen sind sie mit der verbunden ok dazu gehen wir auch schon und da habe ich immer reingeschaut und habe auch ein bisschen anders gesucht irgendwie kann ich nicht die ist mit der hauptstadt finden jetzt ist die frage bergbaunetz einverwahrungslabor drohkultur kraftwerk das sind alles nicht sachen die es sind die man dafür braucht so jetzt müssen wir nur überlegen was brauchen wir denn wirklich tendenziell habe ich dazu hier auch noch mal essen zu machen wir haben da am wenigsten von energie hier wäre auch forschungstechnisch was drinnen aber das sieht da oben auch gut aus also das denke ich mal wird zwar die energie unterdrückt werden aber ich glaube es ist besser dass wir noch ein bisschen was zu essen kriegen gut das ist soweit gemacht kommen wir mal nochmal hier rein dieses feld ist immer noch abgeschnitten das ist klar rein theoretisch müssen wir das hier wieder bekommen irgendwie oder so aber das kriegen wir wahrscheinlich gar nicht wieder raumbereich da hat mal bei unserer administration das ist so ja wo gab es ärger oder wieso machte das ressourcen fehlen da wieder mal okay dann machen wir das so und hier müssen wir ja die sektor einstellungen das ist immer das gleiche dann mach gleich 500 ein miss prime warum ist das so sektor verwalten welcher ist denn das welcher sektor der okay kann man auch nicht da welche noch hinzunehmen nein es ist schon alles ausgebildet in dem sinne da oben sind wir halt noch zugange ja ist also gut so nun soll man den zweiten sektor angucken ist das hier von denen jetzt bevölkert worden ich glaube ja das ist diese sektoren da kann ich aber nichts mehr machen geht schlecht zu erweitern sektor transferieren macht er natürlich nicht mehr ne ok weiß ich jetzt nicht das war wahrscheinlich ganz schlecht was wir jetzt gemacht haben aber ist jetzt auch egal hier haben wir noch einen sektor wo terz am prime ist und oberfläche ist hier die beeinflussen von da so wirklich gut läuft das hier nicht da kommt der neue hin hier könnte man noch verbessern aber dafür fehlen uns wieder mal energien anführer neuer stufel reicht okay da ist ja schon eine viere drauf deswegen kann man das nicht verbessern warum ist der rot er vor der ganze hauptstadt jahren ist super okay verfügbare tradition sollte man reingucken planeten hauptstadt jahren ist einheit okay haben wir das schon oder kriegen wir das das habe ich sonst immer auch schon nicht verstanden haben wir wohl zum annehmen tradition klicken ok da steht es ja föderation ganz außenposten die haben dann mehr bewohner da kriegen wir mehr schissbaugeschwindigkeit und so was kolonieschiffe hinterbraten ein vz unruhen sind gesenkt das wäre schon mal das na ok so das ist ja auch noch hier das war hier dass er nur anklicken könnten das ist noch gar nicht freigeschaltet müssen erstes da oben machen ne jetzt sind vorne forschungsgeschwindigkeit was ist danach stern anklicken und hier wird sie auch nicht schlechter ja was war das hier grenzweichweite erhöht schadensbonus schiffbergeschwindigkeit ja ist jetzt nicht so wo ich sage anführerlebenszeit um 20 prozent plus 20 jahr weiß ich jetzt nicht mehr die unruhen senkung wäre da tja föderation geht da sucherzentrum wir nehmen das gut haben wir das auch erledigt ja hier nochmal reingeguckt können wir da bauen was wird das hier das handelsangebot machen wir mal pause aktive sensor vermitteln und da soll ich noch den 15 geben nee nee das machen wir nicht da fehlt jemand kommandiert und leitet dann müssten wir da noch einen einstellen wohl ne ja 33 da ist jemand der ist 35 äh und verfügbar und das wird auch hier sogar ingenieurs mäßig das passt doch oder dann passt das gut ok das laufen macht das zu und dann fehlt uns jetzt immer noch das das ja hier jetzt nicht ne was kann man denn da bauen einfaches Bauwerkbau ok hm oh guck mal an da ist das rote weggegangen durch das ding jetzt oder was dann lass uns mal gerade nochmal die Sektorgeschichte aufrufen ah das war hier oben und wieso sind da jetzt vier Planeten ohne das ist der Obersektor gut 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 passt wieder angeschlossen da geht noch was und da geht noch was was ist hier los wer ist das fremde Völker beherrschen uns da müssen wir mal gucken was da Sache ist ne so damit haben wir da wieder einen Anschluss hingekriegt jetzt noch gerade mal den zweiten Sektor Team ist Prime aber doch da ist irgendwo was was gehen könnte und da auch und hier geht auch noch was so sieht es aus da ist auch noch einer so dann ist das verbessert schließen wir hier oben müssen wir mal gucken was da so los ist ne haben die sich abgespalten auch oder was ok irgendwas könnte sein dass das da gewesen ist oder was mal eine kalaxie könnte schließen wir jetzt erstmal ja aber ne was wollte ich denn wo wollte ich hin zu diesem hier wollte ich hin und übersicht hier ist jetzt nix was man kann da haben wir schon ausgewählt glaube der macht schon fünf und runterhauen können wir ja keine armee ist das und traumhafen gibt es hier nicht weil wir den irgendwo im norden da oben eigentlich haben und jetzt ist die frage wo und das hier startmodul auswählen so nicht das war jetzt in dem system ja hier ist der raumhafen warum ist das so komisch raffiert gewesen was sollen wir antworten annektierungsanfall sehr gegrüßt oder mama pause aha ja warum nicht ne jetzt haben wir mal die karte wo war der minok da ist es ja dann wir waren schon immer ein volk dann lass mal laufen dann müsste das ja gleich zu uns gehören genau da schau her das zerfällt dann wieder in richtung uns oder was dann lass uns die sektorkarte nochmal aufrufen das müsste das sein genau dann geht da wieder was das geht noch mehr alles klar alles wächst und gedeiht hier gut irgendwann kommen andere regionen auch wieder zu uns oder wie sehe ich das und was das wir haben auch viel zu naja dann wenn ihr meint dann ist das so jo ok ob das jetzt größer ist oder nicht ja es ist größer klar diese sind irgendwo zerfallen irgendwie hier was ist hier los in der galaktischen Generation ok lasst uns mal den südlichen sektor die miss nehmen hatte ich weiß ich jetzt gar nicht das ne hatte ich nicht weil da sehe ich gerade dass der ja dann auch noch reingeht dann haben wir schon fast wieder alles zusammen gut ok aber ich sehe schon für die folge soll es dann auch erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 bis dann